Hallo Leute, willkommen bei 4 Ja, ich lebe Nein, ich bin nicht verletzt Tja, ich bin ein harter Kerl, deswegen habe ich überlegt Okay, meine Mission ist, Jankowski zu finden Ja, süße, ich werde auf jeden Fall bekerfbar sein Egal, machen wir es jetzt einfach So, Jankowski, wo bist du, verlande Oh nein Die Replika bekommt Verstärkung Das bedeutet natürlich gar nichts Gutes Hier scheint auch schon wieder Ballerei gegeben zu haben Und auch hier wieder eine Leiche Hmm Ich wechsle lieber zu meinen Pistolen Das ist mir viel, viel Erfreulicher Ich glaube, das sind unsere Jungs Ich habe das leider so schlecht in Erinnerung Sehr schlecht sogar Ich weiß überhaupt gar nichts mehr Was passiert Hier haben wir einen Anruf Hören wir uns ja natürlich mal an Mike, was ist da passiert? Es klingt wie eine Explosion Ich kann es nicht mit niemandem Anruf mich zurück Enden mit Messungen Eine Explosion Irgendwo Aktivieren wir mal das hier Speichern natürlich schnell Jetzt weiß ich gar nicht, was es uns gebracht hat Ja, jetzt habe ich es gemerkt Da hinten die Tür ist abgesperrt Und das ist doch hier der richtige Weg Alles klar, dann ist richtig so Mal schnell speichern hier Autorisiert personally only Wo ist es schon wieder hier los? Äh, der Schnampe Wie macht man das? Ich habe es vergessen Nein, das ist eine Granate Schon viel besser Oh, Rabben Oh, an der Stelle einnähe ich mich wieder Hier haben wir wieder eine Leiche Ja, da haben wir wieder eine Leiche Nehmen wir mal das Ding hier Und was ist hier? Was war das jetzt? Ah, Red Beaker Soldaten Gut, ähm Erstmal hier in die Kloake um das Ding hier zu nehmen Ja, oh scheiße Hab ich schon wieder Lärm gemacht, ey Ich habe schon wieder Lärm gemacht Ich weiß nicht, wie viele es sind Ich glaube, ich könnte den K.O. hauen Ähm Nein Lass das mal mit K.O. hauen K.O. hauen wollte ich den noch Oh je Hätte ich das gemacht, wäre ich jetzt tot Ne Weste, klar, nehme ich an mich Hier ist auch nichts mehr Gut, gut Nichts mehr zu sehen Komm doch Also Leute, das mit den Zielen muss ich besser machen Ich habe das jetzt geöffnet Ähm, ich weiß nicht, wo das hinführt Ich gehe aber mal trotzdem hin Ja Nicht ohne meine Taschenlampe Ich weiß nicht, wohin das hinführt Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist Dieser Weg Aber könnte sowas im Hinterhalt sein Ja, ich hatte recht Naja, oder auch nicht Was ist denn Ja, scheiße Aber auch Immer wenn ich das drücke, dann kann ich es nicht abschalten Keine Ahnung warum So, wieder mit dem Mess geht's Die Munition von dem toten Geist nehmen Auch hier wieder schon voll Waffe wechseln Ich habe keine Lust mehr mit den Pistolen Das ist mir jetzt ein bisschen zu heiß hier Ja, was habe ich gesagt Alles klar Ich weiß jetzt, wie ich das aktivieren kann Verdammt Ich hoffe, der ist tot Ja, ist ja Ja, ja So viel wie ich da drauf geschossen habe Aber hier ist noch einer Ich weiß es Oder ist er schon tot Ja, wahrscheinlich Ja, da liegt er Da liegt er Ist alles in Ordnung Alles okay Alles roger Saving Checkpoint Was haben wir hier? Der ist abgesperrt Munition Ich habe zu viele Madgets Eins verbrauche ich mal Nehmen ein neues Laptops und neue Informationen zu sammeln Alles klar, mache ich mal Irgendein Asylium Ich stecke fest So was Gut Leute Hier mache ich erstmal Pause Bis zum nächsten Part